Schlag. Schlag ist eine feste Bewegung, die plötzlich zum Stillstand kommt. Es gibt zum Beispiel den Schlag gegen einen Gegner. Es gibt einen lauten, fürchterlichen Schlag auf dem Dachboden. Man spricht auch von einem Schicksalsschlag. Man kann sagen, dass der Unfall ein schwerer Schlag für einen war. Man spricht auch von einer Angriffsaktion im Militär, wo es eben der gegnerische Schlag oder man schlägt seinen Gegner. Es gibt auch den Stromschlag, zum Beispiel ein Kind kann an einen Elektrozaun greifen und dabei einen Schlag bekommen. Man spricht auch, jemand hatte einen Schlag bekommen im Sinne von, er hatte einen Schlaganfall. Und man kann auch sagen, dass jemand einen Schlag hat, was ursprünglich vom Schlaganfall kommt, aber dann auch heißen, dass er irgendwo nicht so ganz bei Trost ist. Genauso kann man auch sagen, jemand trifft der Schlag. Das heißt, er ist ziemlich überrascht.